Erst kürzlich gab Paris Hilton ein Radiointerview. Und es verlief nicht wirklich gut. Der Moderator führte das Interview und fragte Paris über ihr Sexvideo und ob sie es bereue. Paris weichte der Frage aus und sagte, es sei alles Rick Salomons Schuld. Und damit war das Thema vorerst gegessen. Als das Interview vorbei war, sagten der Moderator und Paris Tschüss. Aber danach rastete Paris total aus und begann den Moderator wild zu beschimpfen, während er mit jemand anderem sprach. Aber sie wusste nicht, dass sie immer noch zu hören war. Nicht nur der Moderator, sondern auch alle anderen hörten, was sie sagte. Oh oh Paris, pass das nächste Mal lieber auf, was du sagst.